dieses Video wird euch von DHV präsentiert wie ich war ich alle Leute und willkommen zu einem neuen Glitch-Schricks-Schricks-Schricks-Schricks keine Ahnung Video und heute zeige ich euch wie ihr falls es überhaupt noch nicht wusste denn ich kenne das viele Prozent falls ihr erkennt diese Trainer als wegen Bogenschützen verbessern schleichen und so was haben wollt ihr ein besserer Schützer werden und halt wenn ihr das ausbildet ihr das schießen trainiert ich sage euch was ich machte das heißt mit Klick drauf theoretisch müsste die wissen wie man draufklickt und lustig und nicht davon speichert ihr vorher halt einfach mal mit F5 für die Noobs noch mal und falls ja und jetzt könnte das Geld einfach wieder klauen und weiter jetzt halt nicht funktioniert wie jetzt zum Beispiel dann geht ihr einfach wieder zurück zum Speicherpunkt mit F9 ja ja los ich spreche jetzt hier nochmal so jetzt macht ihr das alles normal und ich glaube es hat funktioniert nee hat nicht funktioniert ich mache das jetzt einfach mal so lange bis es funktioniert also es kann schon lange ein bisschen dann dauern halt ha 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 ja jetzt speichert ihr wieder hab ich das nicht gras mach keine Ahnung ja und jetzt macht ihr das alles wieder von vorne zum Beispiel ich zeige euch was ich weiß so wenn ihr mal ducken speichern als Maul den hier den hier hättet einfach es lebt es lebt ich finde ich dass es lebt das habe ich ja okay ihr wisst jetzt was ich meine und wie es funktioniert und ich werde es einfach nicht mehr demonstrieren weil es eh nicht bei mir funktioniert aber eigentlich theoretisch müsste es funktionieren wenn ihr es halt die ganze Zeit speichern zurückspeichern und so was auch und nach einer Zeit funktioniert es beziehungsweise so könnt ihr euer Geld sparen und gleichzeitig euch trainieren bis dann haut rein Leute